Die Grundschule an der Comeniusstraße in Braunschweig. Ein engagiertes pädagogisches Team sorgt hier immer wieder für Veränderung. Zuletzt wurde eine Lernzeit für die ganze Schule eingeführt. Hier lernen die Kinder individuell nach ihren eigenen Interessen und nehmen sich dafür die Zeit, die sie brauchen. Und wenn mal jemand nicht weiter weiß, helfen sich die Schüler gegenseitig. Die Lernzeit gefällt mir sehr gut, weil wir uns das selber einteilen dürfen. Nicht so wie auf anderen Schulen, einfach nur immer das Gleiche und dass wir uns nichts aussuchen dürfen. Das habe ich in meiner langen Schulleiterin-Tätigkeit gelernt, dass ich versuche zu verstehen, warum bestimmte Prozesse so noch nicht laufen, wie ich sie vielleicht mir wünschen würde. Und wenn ich dann etwas durchdrungen habe und verstanden habe, dann kann ich auch damit umgehen und darauf Rücksicht nehmen, vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und dann aber wieder drei Schritte vorgehen.